Ihr, die ihr euch Christen nennt und immer noch euren Götzen nachrennt und eure Götzen über Jesus Christus stellt, was sagt Johannes im ersten Johannesbrief in der Bibel? Dem Wort Gottes, dem Wort Gottes der Grundlage unseres christlichen Glaubens, dort steht, hütet euch vor den Götzen. Nein, wir können als Christen nicht dem allmächtigen Gott und dem Teufel dienen. Wir müssen uns entscheiden, entweder Jesus Christus oder die Dämonen. Jesus Christus kommt bald und er wird kommen in Kraft, Herrlichkeit und Vollmacht. Und er wird kommen als Richter, als der Herr aller Herren und König aller Könige, als Gott. Und er wird richten, die Lebenden und die Toten. Amen.